Mit dem neuen kraftvollen Supersauger-Power-Up für unseren Schreckweg, welches wir in den letzten beiden Folgen mit größter Mühe erarbeitet haben, geht's nun zurück auf die zwölfte Etage, die Strandbar. Und auch wenn es mir ein bisschen mit dem Herzen wehtut, ich muss leider dieses schöne Schiff hier wegsaugen. Auf Etage 4 haben wir den Supersauger bereits genutzt und einen geheimen Raum hinter der Bühne offengelegt. Die Animation finde ich aber so lustig, ich habe sie jetzt trotzdem nochmal gezeigt. Tja, und nun muss leider dieses wunderbare Schiffchen hier weg, inklusive der coolen Galleonsfigur. Tut mir schon ein bisschen weh. Aber was soll's. So, und kann ich vielleicht da hinten noch irgendwie die Strandbar aufmachen, weil ich habe da ja keinen Zugang entdeckt. Oh doch, doch, da lässt sich was absaugen. Die eigene Säule ist jetzt irgendwie mit einem Seil gekennzeichnet, warum auch immer. Und was ist das? Habe ich da eine Bodenplatte rausgesaugt? Lol. Ich schaue gleich mal. Erstmal gucken wir, was da noch geht. Alter, wir reißen die halbe Wand ein. Ist das geil. Na komm. Wenn schon, denn schon. Nichts darf mir üblich bleiben. Aber ich glaube, das war jetzt alles. Wir können's sein lassen. Oh. Und sepaling. Geil. So, und hier hat sich tatsächlich was getan. Aber das hat irgendwie nichts mit der Strandbar zu tun, oder? Hier ist... eine... Schatzmarkierung. Das kann ja nur ein Edelstein sein. Ja, und zwar... der... blaue. Okay. Dann schauen wir mal in diese Röhre da rein, weil die wird mich jetzt vermutlich zur Strandbar führen. Aber dann haben wir hier ja sogar gar nicht mal was Besonderes. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie einen Edelstein hier hinter den Tresen oder so versteckt hätten. Aber gut. Die Idee mit dem Schatz ist auch nicht schlecht. Und sehr passend. Geld aus der Kasse geklaut. Damit bin ich zufrieden. Und wir schauen hinein. Wow. Wie eine echte Piratenhöhle. Episch. Das wird aufregend. Und es scheint doch kein Bossraum zu sein, oder? Da hatte ich ja gemutmaßt. Oh, warte. Da ist der gleich der... Da ist der... 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 Der Weiße. Wie komme ich da... Ja, da ist was. Da ist was. Was soll denn das sein? So ein Hau-den-Lukas-Ding, oder wie? Ach nee, wir ziehen die Fahne hoch und... Die holt uns dann den Edelstein. Ah ja. Okay, klasse. Aber wenn wir jetzt schon zwei haben, dann ist das eigentlich schon ein Indiz dafür, dass es ein etwas kleinerer Raum ist und somit eben doch ein Bossraum, oder? Na ja, wir werden sehen. Jetzt genießen wir erstmal die Atmosphäre hier in dieser Piratenhöhle. Damit haben sie mich natürlich mal wieder gecatcht. Reauties Mansion 3 hat so geile Locations. Feier ich einfach, aber von Fledermäusen verfolgt werden feier ich nicht. Ich wollte noch davonlaufen. Hat er da nicht ganz so hingehauen. Auch die Attacke ging jetzt eigentlich größtenteils schief, wenn wir ehrlich sind. Okay. Aber jetzt im dritten Anlauf hat es geklappt. Machen wir hier noch den Rum auf. Wobei da waren leider nur... Eklige... Köpfchen drin. Totenköpfchen. Ein Tropfen Rum wäre mir lieber gewesen. Was ist das? Kanonenkugeln? In Form von Bowlingkugeln. Na, wenn das nicht auch was mit einem Edelstein zu tun hat, du, dann weiß ich auch nicht. Da kommen immer neue raus. Okay, aber was kann ich jetzt damit machen? Die sind noch safe für irgendwas da. Wo muss ich die hinschleudern? Allein schon, weil immer neue kommen. Weiß es nicht. Zack. Ich gehe mal weiter. Oh, das kreuzt sich ja jetzt. Oh, der Pfad. Oh, das war eine Falle. Gerade noch so davon gekommen. Ach so, und dann sind die Bowlingkugeln dafür. Ah ja. Ja, wie? Und jetzt kommt keine mehr? Warum denn nicht? Wo sind die alle hin? Okay, schauen wir mal, ob wir es anders schaffen. Sieht aber schlecht aus. Na, schieß ihn doch ab. Oh, Luigi, ist das dein Ernst? Links daneben, rechts daneben. Vorhin sind hier unendlich Bowlingkugeln gespawnt. Jetzt sind alle weg. Also, das muss ich auch nicht verstehen, oder? Vielleicht finde ich noch eine andere Möglichkeit, was zu schießen. Aber ohne brauche ich mich dem Kampf nicht stellen. Oder kann ich jetzt Luigi quasi als Opfer benutzen? Weil der Gegner hinten lässt nicht locker. Okay, wir probieren es mal aus. Luigi, die gibt dich in Stellung. Komm, 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 komm. Ey, es hat sogar wirklich geklappt. What? Sonst ging das nie. Auf den anderen Etagen haben wir diese Truhengegner ja auch schon getroffen. Alles ein bisschen weird. Da hinten sind noch Goldbarren. Wie komme ich denn an die ran? Da muss es noch einen geheimen Mülleneingang geben, irgendwo. Vielleicht von weiter oben. Ja, 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 da. Bei dem Wasserfall. Und jetzt, ey! Jetzt sind die wieder da? Was ist denn das für ein Betrug? Wir haben die Bowlingkugeln extra für den Kampf rausgenommen? Ja, aber Dafür sind sie doch da, oder nicht? Hier komme ich nicht hinter? War mir ziemlich sicher. Ich komme auf diese Weise zu den Goldbarren. Aber Nein. Okay. Ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist das, was uns jetzt erwartet. Der riesige Totenkopf hat sich bereits geöffnet. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Ich befürchte, gleich geht der Kampf los. Ich schaue aber noch, ob sich hier was versteckt. Also ganz schlau werde ich nämlich nicht aus der ganzen Sache gehen. Naja, wenn ihr wisst, wie man an die Goldbarren rankommt, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Oder vielleicht fände ich mir später noch eine Möglichkeit. Lässt sich ja alles nachholen. Jetzt geht es erstmal hier an den Strand. Sehr geil gemacht. Wir können hier wieder den Sand absaugen. Wie in Pyramidia. Vielleicht finden wir was. Ja, eine Perle beispielsweise. Ja, die ist doch schon mal einiges wert. Selbst die Palmen können wir gerade rücken. Oh, da ist was. Eine Meerjungfrau. Okay, muss ich die häufiger treffen? Momentan ist ja nur der Schwanz abgefallen. Oh, jetzt noch der Kopf. Vielleicht lassen wir es auch so. Da werden sich zwar Touristen denken, was ist das denn? Aber lustig ist es in jedem Fall. Aha, Edelsteingeist. Sehr gut. Sehr gut. Komm her. Gabelstich, Alter. Okay, yo. Sehr gut gemacht, Luigi. Das fand ich jetzt cool. Mit dem Abschießen der Kokosnüsse. Immer mal wieder treffen. Das war nice gemacht. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo einen weiteren Edelstein im Sand. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Weil es ist ziemlich sicher eine Bossetage. Da hinten das Piratenschiff. Da wird sich, denke ich, unser Gegner aufhalten. Und wenn ich an die Trailer denke, dann glaube ich, weiß ich auch, mit was wir es zu tun bekommen. Es wird gefräßig. Okay. Nichts weiter Wichtiges im Sand, wie mir scheint. Außer wir finden noch was Unsichtbares. Oh, so viele Spinnen. Vielleicht finden wir noch was Unsichtbares. Keine Ahnung. Wollte ich auch gleich mal gucken gehen. Sieht aber nicht danach aus. Wenn jetzt aber wirklich schon der Boss kommt, wie können wir dann so viele Edelsteine übersehen haben? Das wäre die schlechteste Ausbeute in einem Bossraum bisher. Ja, wir können ja später noch mal gucken. Jetzt wollen wir uns erst mal der Sache stellen. Muss ich den Anker ins Wasser schmeißen? Kann ich das überhaupt tun? Nee. Okay, dann läuten wir die Glocke. Ja. Scheint mir eh die bessere Idee zu sein. Und da kommt es schon. Das gespenstische Piratenschiff. Direkt aus dem Nebel. Die Black Ghost. Oh mein Gott. Ist das gruselig. Und nass. Eine Einladung aufs Schiff? Na, da können wir nicht Nein sagen. Oh, wer hat denn hier dieses schöne Candlelight-Dinner hergerichtet? Toadie! Da ist er, der letzte Toad. Na ja, erst mal speisen, oder? Doch, was kommt da? Ein Geisterhai! Das ist genial. Ich korrigiere außerdem. Ein Geisterpiratenhai. Aber was macht er denn da jetzt? Okay, der Kampf ist ein bisschen anders, als ich erwartet hatte. Was zur Hölle muss ich tun? Oh. Okay. Achso, okay. Der macht seinen Maul auf und dann müssen wir dann reinballern. Oh, da müssen wir aber sehr genau sein. Und die schießen ja von allen Seiten auf uns. Bisher läuft es aber ganz gut. Kann ich die überhaupt besiegen? Soll ich sie besiegen? Aber ich brauche die Bananengeister ja eigentlich. Die werfen mir ja die TNT-Fässer zu. Aber das ist auch mal wieder ein sehr cooles, innovatives... Boss-Design. Wie ich es jetzt hier in Luigi's Mansion nicht erwartet hätte. Das erinnert mich so ein bisschen an den einen Gegner aus Legend of Zelda... Ah, Link's Awakening. Sechster Dungeon, glaube ich. Okay, wie... Greife ich ihn jetzt an? Auskontern? Oder brauche ich Luigi als Ablenkung wieder? Achso, oh, okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir müssen ihm einfach nur ein paar Mal ausweichen und dann macht er diesen Fehler. Komm, Luigi, weiter, 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 weiter. Okay. Er zieht sich wieder zurück. In seine Plankenform. Wir müssen höllisch aufpassen. Weil wir von allen Seiten beworfen werden. Und das macht halt schon 10 Damage. Also das ist schon ziemlich viel, möchte ich meinen. Und das Timing muss ja auch passen. Ah, fuck. Oh, damn it. Alter, wenn man hier einen Fehler macht, kann man teilweise richtig viel Schaden fressen. Wir waren am Anfang ja recht gut, aber das... Das haben wir fast 50 abgezogen. Okay, Glück gehabt, ein Herz ist mir entgegen geflogen. Da ist noch eins. Aber das scheint mir der stärkste Boss zu sein bis hierher. Und auch der Innovativste. Ziemlich cool. Ja, du wirst echt von allen Seiten beworfen. Das ist krass. Warte, warte, gleich macht er auf, gleich macht er auf. Ich schicke schon mal los. Ah, Ticken zu früh. Damn it. Komm, schaffst du noch, schaffst du noch, schaffst du noch. Nein. Ganz knapp. Ganz knappe Geschichte. Aber jetzt, komm. Komm, 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 mach's Maul auf. Ach, Mann. Weißt nie, wie lange du warten sollst. Ja, das ist echt nicht einfach. Aber feiere ich den Kampf. So, neues TNT fass, bitte. Ansaugen, dann macht es keinen Schaden. Und jetzt sitzt es. Aua. Aber ich glaube, man braucht drei Treffer, ne? Ohohohoho, das ist knapp. Aber da ist er wieder, der Geisterpiraten-Hi. Oh, musst du zur Apotheke? Hast du Husten? Jetzt schön in Bewegung bleiben. Irgendwann haut er das Ding, so wie ich gesehen habe, in den Boden. Ja. Er tut mir aber auch ein bisschen leid. Weil er scheint eine viel zu kleine Flosse zu haben. Die eine ist normal. Die andere, die ist zu klein. Aber vermutlich hat er sie in einem Kampf verloren. Oder sie wurde gekürzt. Eventuell drückt der Schein aber auch nur. Und was macht er jetzt? Oh nein, da kommen jetzt... Was? Was? Ich dachte, da kommen jetzt Kanonen oder so. Wow. What the fuck? Was kann ich tun? Ich glaube, der ist Titanic-Fan. Wir können hier schießen. Achso, und uns dranheften, damit nichts passiert. Alter, ist das geil, oh Mann. Ich mag es. Ich mag die Titanic-Fanikia auch, aber wir müssen nicht übertreiben. Okay. Und wie soll ich dem Shit ausweichen? Ah. War schon richtig so. Und jetzt eine Konter. Aber auch hier müssen wir natürlich wieder timen. Okay. Der müsste sitzen. Ja. Komm, 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 komm. Schieß. Und noch einen hinterher. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Mach deinen Maul auf. Ach, dammit. Einen Treffer, glaube ich, brauchen wir noch. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Komm, Luigi, treff. Das ist mal richtig dramatisch. Ich glaube, ich muss gar nicht diesen Stamfsprung machen. Ich kann die Dinge auch gleich ansaugen, oder? Ja. Okay, dann warte, warte, warte. Oder hätte ich doch schießen sollen? Dann halt jetzt. Ja. Nice. Und die nächste Kanone sitzt. Hier, nimm. Das sollte dich finishen. Oder? Ja, da ist er. Oh, er brennt richtig, Alter. Dabei sind sie ja doch gar nicht so aggressiv, wie hier dargestellt. Aber ja, ich habe auch immer Angst vor ihnen. Und jetzt packt er wieder einen neuen Move aus. Da hat sich das drüber springen aber gelohnt. Kann ich ihn vielleicht jetzt auskundern? Nee. Aber es kann sein, dass ich ihn vielleicht provozieren muss. So wie hier gesehen. Wenn, dann aber nur einmal. Irgendwas ist anders als sonst. Ich glaube, ich muss was machen. Aber ich weiß nicht, was. Okay, doch nicht. Einfach abwarten. Und... K.O.N. Mach ihn. Fertig. Saug ihn auf. Heute gibt's Fisch. Yeah. Richtig geiler Kampf. Und das kann auch übelst in die Hose gehen. Wir hatten da eine Szene, da wurden mir, glaube ich, 50 Herzen abgezogen. Das ist schon heftig. Oh. Oh. Ah. Ha-ha. Supi. Befreien wir Toad und gönnen wir uns einen Rumcocktail. Wie sie es gehört. Schön zur Feiert des Tages. Ja, auch diese Etage liebe ich sehr. Sie war zwar nur kurz. Aber, weil ich Fan von diesem ganzen Flair bin, hat mir das schon besonders gefallen. Und der Bosskampf war wirklich der beste bisher. Neben dem Konzert-Heini. Den fand ich auch ziemlich cool und schwer. Die Nachfolgenden konnten da nicht mehr so ganz mithalten. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil ja der Konzert-Heini auf Etage 4 war. Teilweise halt, oder wirklich schwieriger als alles, was danach kam. Was nicht heißt, dass die danach schlecht waren. Aber er war halt schon doch deutlich, ähm, krasser. Der Hai ist da der einzige, der gleichziehen kann. So, aber wo sind die letzten Edelsteine? Ich kann halt wirklich nicht so viel übersehen haben. Und hier auf dem Schiff muss ja auch noch was sein. Neben leckeren Orangen. Frisch gepresster Orangensaft aus dem Schreckweg. Na, wer mag? Was hat das jetzt gebracht? Ach, das ist eine Schatzkarte! Ach, geil! Moment, das ist der Steg? Hä, da rechts ist ja doch noch was! Laut Karte ist da noch eine Insel? Oder zwei? Mit Brücken. Hä? Ich hab da nichts gesehen. Oder vielleicht kommt man da jetzt auch erst hin? Wenn man die Karte gefunden hat, keine Ahnung. Schauen wir auf jeden Fall gleich mal nach. Aber da ist garantiert ein Edelstein. Okay, nice. Ja, dann wollen wir mal, was? Oh, hier das Steuerrad vielleicht drehen? Ja, 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 da kommt was. Falle! So, mehr oder weniger. Die Goldfische bringen halt auch nur Kohle. Keinen Edelstein. Teilweise glitschen die sogar weg. Das waren doch jetzt eigentlich fünf. Aber zwei sind... die spawned. Na ja. Wir wollen uns mal nicht beklagen. Sind ja noch andere feine Reichtümer da. Inklusive unseres Freundes Toad. Der hier ein bisschen warten muss. Tut mir leid, Kumpel. Aber der Reichtum geht vor. Geld vor Freundschaft. Das ist die Message dieses Let's Plays. Geld vor Liebe und Freundschaft. So, jetzt wisst ihr es. Merkt euch das für euer Leben. Achso. Toddy! Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Toad gerettet. Auch dieser Toad sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Ja, dann schick sie aber bitte nicht auf Expeditionstour. Ja, ja, bring ihn zum Aufzug, Luigi. Alles klar. So, und während wir das tun, können wir nach dem Schatz suchen. Weil da bin ich jetzt schon etwas verwirrt. Ich hab mir den Strand doch wirklich genau angeguckt. Und es gab da keine Möglichkeit, weiter nach rechts zu kommen. Oh, aber hier oben ist noch was. Wie komm ich denn da hoch? Ein paar Sachen werde ich wohl noch reinschneiden müssen. Achso, seitdem den Toad muss ich da einfach hochschießen. Das kann sein, ja. Oder? Ja, ja, ja. Oh, ja. Gönn mir, gönn mir. Boah, der holt wirklich alles. Ehrentot. Viel effizienter als der andere. Danke, Bro. Ich dachte jetzt erst, ich müsste irgendwie dieses Seil kappen, aber war schon richtig so. Alles so da. Und ich schieße den auch mal gegen den Anker hier. Ja, bringt aber nichts. Okay. Nee, das war wirklich eine richtig geile Atmosphäre-Etage. Heftig. So, und was ist jetzt hier los? Wie komm ich da... Wie komm ich da weiter? Achso, kann ich vielleicht diese Palme hier irgendwie beseitigen? Auf jeden Fall Münzen und Edelsteine. Hä? Wieso komm ich da jetzt auf einmal weiter? Das ging vorher nicht. Bin ich mir jedenfalls relativ sicher. What the hell? Okay, laut Karte gibt es hier eine Brücke. Läuft doch. Hä? Was zum Ohren? Das war's jetzt schon? Achso, ja. Da hinten ist noch eine Perle. Okay. War der Schatz nicht auf der hinteren Insel? Nicht blöd? War doch hier. Laut Markierung. Ja, ist er auch. Dann ist das gar kein Edelstein? Aber wir haben trotzdem einen gefunden. Ist ja geil. Ja, ist natürlich dann best case. Ja. Okay. Aber wo sind die anderen? Oh, da ist noch einer! Zwei? Ach, okay, krass. Dann fehlt nur noch einer. Oh, und der könnte in dieser einen Höhle mit den Goldbarren sein. Da muss ich nochmal schauen, wenn man da reinkommt. Oh, Digga, warum sind hier zwei? Und war der auf der Karte? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich nur an das X mit der Truhe erinnern. Wenn, dann hatten wir da jetzt Glück in der Situation. Es lohnt sich halt doch so gründlich vorzugehen. Ja? Kostet Zeit, aber man findet auch mehr. Ja, sagt er, während ihm eins fehlte. Ich weiß. Aber dann kommt man hier doch bestimmt auch irgendwie noch hinter. Oder? Hä? Wie geht das denn? Torot, wenn dir was einfällt, dann sag Bescheid. Vielleicht muss ich ihn aber wirklich irgendwo dagegen ballern. Oder halt diese verdammten Bowlingkugeln. Weil die können nicht nur Deko sein. Wirklich nicht. Die können nicht nur Deko sein. Man muss hier reinkommen. Man sieht es doch. Da ist etwas. So, Moment. Vielleicht kann ich die Truhe irgendwie beseitig. Nee. Oder dich jetzt da raufschießen, Toad? Wie das? Nee. So gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht jedes Rätsel lösen. Leider. Das schneide ich dann rein. Aber da wird der letzte Edelstein wahrscheinlich sein. Bringen wir Toad nach Hause. Oder vorerst in Sicherheit. Und dann werde ich euch aufklären. Bye, bye. Oh. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Oh, es sollte eine kleine Panik gegeben. Oh, die Situation ist unter Kontrolle, wirklich. Wir werden Leute schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Er ist richtig mad, aber er hat noch Mario und Peach. Oh, und es sieht so aus, als würde er die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Tatsächlich. Er vertraut ihr nicht mehr. Das ist wiederum gut für uns, oder? Okay, Leute, vergesst die Höhle. Das kann man nicht blind finden. Echt nicht. Der Edelstein im Sand war ja schon strange und nicht so offensichtlich. Aber das ist krass. Wir müssen uns von der Bar dieses Teil da holen. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Das ist irgendeine... Was oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls ein Gegenstand zum Schießen und hier mit dieser Kanonenlampe befindet sich der letzte Edelstein. Wohooo! Was war es so, wenn du nicht warst? Untertitelung des ZDF, 2020